Hey Leute, Willkommen zurück bei Wir töten Sledge. Ähm, letzte Folge war Silvester. Ich hoffe mal, ihr seid alle gut rübergerutscht. Habt's ordentlich knallen lassen. Ähm, und, 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 und. Ich hoffe, ich krieg die Folge am ersten raus. Also, ich denk's jetzt mal, ich hoff's mal. Mal schauen. Und dann machen wir doch einfach gleich weiter. Wir haben das letzte Mal schön Kisten, Loot gesammelt. Loot, Loot, Loot. So. Munition, Munition, Munition ist nie verkehrt. Das Geschütz haben wir auch schon zum Glück ausgeschaltet. Ich seh dich. Ach du Arsch. Jetzt wollte ich dich überraschen. Ah, 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 ah. Hey, wo kommen die jetzt alle her? Ja, wir haben die jetzt auch schon alles sauber gemacht gehabt. Jetzt hab ich irgendeinen Scheiß aufgenommen. Gleich wieder weg damit. Der war schön. Richtig schön in die Fresse. Ah, Munition sammeln ist jetzt nicht verkehrt. Jetzt hab ich irgendein Scheißschild. Ah, Mann. Was nehm ich hier die ganze Zeit für Scheiße? Nicht ausrüsten. Brauchen wir das da? Nee, bringt auch nichts. Bringt auch nichts. So, haben wir wieder mehr Platz. Wir lassen keine Kiste stehen. Bei unserem Munitionsverbrauch wäre das tödlich. Easer or. Auch nicht schlecht. So, ich glaub das war noch hier unten in den Kästen. Schöner Bulldozer. Schau, dass man mit dem nicht rumfahren kann. Ja, wenn wir erst hierher gelaufen, hätten wir jetzt schön... Na ja, auch egal. Man kann nicht alles haben. Oh, Geld. Schön, schön, schön. Give me more. So, anscheinend geht's da rein. Dann laufen wir erst mal hier rum. Schauen, was es hier so gibt. Genau daneben. Da hinten ist noch einer. Oh, die sechs Schuss nerven nicht. Aber dafür macht die Laufheit schon hohen Leads Damage. Boom. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Combat Rifle Munition. Das wär echt praktisch. Weil die verbrate ich wie nichts. Also, heute ist irgendwie eine richtige Looter-Folge. Aber wenn das Spiel schon mal so gnädig zu uns ist. Hoffentlich liegt da was Gutes drin. Ah, ja. Könnte man als gut... Ja. Ja. Gefällt mir. Kommt ihr in unsere Bisherige ran? Nicht im Ansatz. Aber man kann sie teuer verkaufen. Das ist auch gut. Combat Rifle Munition. Die ist nie verkehrt. So. Schauen wir mal in die Hütte rein. Warum glitzt das gut? Ach so. Nur ein Effekt. Minkern. Ah, noch eine Kiste. Au. Nicht gut. Auf die Entfernung hab ich natürlich auch nicht so die Ziele in der heutigen Zeit. Da zieh ich lieber auf den größten Körperteil. So. Was haben wir hier? Kann man teuer verkaufen? Kann man nicht teuer verkaufen? Das ist scheiße. Hätten wir uns sparen können. So. Da liegt da drüben noch irgendwas. Einmal kurz schauen. Nein. Dann geht's jetzt weiter. Ab in die Mine. Ab in die Mine. Glück auf, wenn wir zu Berge gehen. Ich bin bescheuert. Ich weiß. Warum kann ich mich gerade nicht mehr bewegen? Die bessere Frage. Und warum lebt der noch? Also wenn's jetzt so weiter geht, dann sind wir im Arsch. Chillt. Kann man nicht teuer verkaufen. Und ist scheiße. Sonst ist hier nichts mehr. Ah, Sicherheit zuerst. Speicherpunkt. Das ist sehr erquickt. Da weiß man immer, es geht die Party ab, wenn ein Speicherpunkt kommt. Bisschen zielgenauer wäre doch geil gewesen. Man kann nicht alles haben. Kein wirklich gruseliger Typ. Okay. Ich hab... Ich hab was gehört. Okay, noch einer weg. Jetzt ist noch der da da. Ha, One Shot. Ich würd so gern sagen No Scope, aber das glaubt mir wahrscheinlich keiner. Ich hab irgend so'n kleines Vieh hier gehört. Wo ist es? Ich will nicht stehen bleiben, weil ich denn Angst hab, es steht hinter mir. Aber ich denk mal, da ist es. Mit der... Guck mal, da kommt die Schrufhinte mit dem Zwerg. Der einfach nicht stehen bleiben will. Ja, zerfix. Geht doch. Oh, versteckt euch doch alle dahinter. Was seid ihr eigentlich für Schweine? Okay, Kisten hab ich jetzt keine mehr gesehen. Dann gehen wir gleich in den Nahkampf. Das hat ganz gut geklappt. So, jetzt geht es sich da oben lang oder da? Hm, schwierig. Schauen wir uns erstmal den Weg hier oben an. Weil ich glaub, da müssen wir hin. Da geht's hier an die Mieten. Oder müssen wir hier hin? So, probieren wir gleich unser neuer Sniper raus. Nett. Ist ganz nett, die Sniper. Oh. Hi, du. Na, wer guckt denn da? Okay, wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir jetzt die Sniper drin haben. Wenn ich wieder Nahkampf-Damage brauche für einen Boss oder so, muss ich wieder die Schrotflinte reintun. Soll ich das vergessen, sind wir ziemlich am Arsch. Tankbogengranaten werden zum Ziel teleportiert und dort explodiert. Ha. Und ich hab jetzt Bouncing Bettys. Ah, ich find die Bouncing Bettys geiler. Vielleicht haben wir auch irgendwas drin, was nicht so viel wert ist. Wie, das da. Das da. Das da. Das da vor allen Dingen. Ne, wird hier rein. Wo ist jetzt die andere hin? Achso, da unten. Okay, ne. Behalten wir doch die. Hilft dir nichts. Hol da, die Waldfee. Was schmeiß ich denn alles weg? So, erstmal alles unter 1.000 weggeschmissen. Dass wir auch schön dann 15.000 kriegen. Mindestens. Hm. Ähm. Ein leerer Raum. Wunder, hübsch. Hört dich schon immer mal sehen. Wo kommst du jetzt her? Aha. Uff. Im liegen, ihm ein Kopfschloss gegeben. Naja, er hat sich... Oh. Scheiße, sie haben ihn schon gesehen. Ah, fuck. nennen nennen so einfach mal irgendwo hier ist wieder so ein kleines Da spüren wir noch ein bisschen mit unsern Sniperen. Aua, hör auf mich zu treffen. Kommt der jetzt hier hoch oder? Ui. Ich dachte du wolltest hier hochkommen. Wo ist denn der jetzt hin? Ach da. Geht doch. Sind schwierig zu treffen, wenn sie immer umfliegen von alleine. Einmal in den Kuh. Komm lad nach. Ach scheiße, dann kümmern wir uns erstmal da hinten stand doch einer. Hey. Kannst du dich mal entscheiden, wo du hin rennst? Arsch. Ob wir da durch zu treffen? Hallo? Wo ging der Schuss hin? Dann läuft er wieder da hin, dann läuft er wieder da hin. Und dann backt er natürlich an der Kugel vorbei. Hallo? Ich fühle mich leicht verarscht vom Spiel gerade. Ja genau. Ja genau. Der bleibt jedenfalls. Echt jetzt? Hallo? Endlich. Kommt der Nächste und macht den Scheiß. Was? Ich kann nicht mehr. Geht doch. So. So. Aber das ist es dann auch schon wieder gewesen für die Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt ein Kommi. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert mich. So long euer Sergeant Carlos.